Moin, Hallihallo Freunde von meinem Channel Frank-Gericke, ja meine Partnerin mit Herz, oder bist du mein Schatz mit Herz, hat hier das Feuer- und Eiskunstfestival in Schorans, das war ja am 4. Februar, den Sonntag, nochmal zusammengefasst als einen kleinen Film. Ja, den habe ich hiermit hochgeladen für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Heute gibt es mal nur ein Audio und ein Bild von mir. Das sollte jetzt mal reichen. Ihr wisst ja noch, wie ich aussehe. Alles klar, darum bis dann und viel Spaß beim Anschauen. Euer Frank und... Musik 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 Musik